Das war der Knalleffekt hier in diesem Let's Play. Robert, okay man scheint auch jetzt schon online zu spielen. Einzelstart. Also man scheint auch jetzt schon direkt online spielen zu können. Wundert mich, weil es ja auch noch einen Tag vor Release, offiziell. Ich gehe eigentlich davon aus, dass man nur...